hallo ihr lieben hallo ihr lieben juhu von guru und heute nicht zu hause nicht in meiner küche nicht auf meiner couch sondern bei kikis kitchen natürlich nicht allein sondern mit hallo und was habe ich heute vorbereitet ich habe natürlich nichts gekocht kann ich nicht das haben wir zusammen gemacht ja und gebacken total toll ich habe heute lionriegel mitgebracht und zwar wie viele sind das fünf verschiedene fünf stück und die hauen wir uns alle rein fünf stück aus der ukraine hat mir jemand mitgebracht aus dem urlaub super nett und die wollte ich nicht alleine testen da brauche ich einfach unterstützung weil ich gespannt und du darfst natürlich aussuchen welches leiden wir als erstes essen okay ich habe mir überlegt ich habe schon eins im blick aber ich sag immer gerne das beste zum schluss daher nehmen wir pink boom ganz zum schluss okay jetzt würde ich sagen sweet and salty da bin ich sehr gespannt drauf dann darfst du auch gerne das sweet and salty auspacken tolle knusper dieses geräusch ich bin gespannt ich auch schon darauf apexic es ist auf jeden fall sweet salty erdnüsse sind drin okay gespannt wie es schmeckt ich will auch ich bin ein bisschen enttäuscht oder ich weiß nicht aber gerade ein bisschen salzig aber die erdnuss jetzt kommt der erdnuss geschmack durch aber wenn wir auch in deutschland hier leihen erdnuss das ist schon intensiver ne ist nicht schlecht aber auch nicht gut aber nicht perfekt ist sehr streng das finde ich super auf eine skala von 1 bis 10 was würdest du da geben eine 6 ich kann noch mal ein bisschen ich merke das karamell könnte mir ernisse sein ich gebe der ganzen 7 punkte ein punkt mehr wir machen weiter mit einer ähnlichen variante vielleicht kann die ja mehr überzeugen sieht auf jeden fall schon mal sehr interessant und kennst du das sweet and salty line das bei uns in deutschland gibt ich glaube ja das sieht doch so ähnlich aus wie ein corny stimmt und hier zieht sich auch gucken ob uns das mehr überzeugen kann so dann wollen wir mal ja das ist unsere belohnung das letzte war so ein bisschen muffig das muss besser schmecken schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie unseres hier kalorien armelein das recht finde ich jetzt nicht schlecht finde ich besser weil eben der schokoladen überzug fehlt oben der ist ja komplett weg das macht irgendwie so ein bisschen crunchiger und eben nicht so muffig wie das stimmt der muff kam erst ganz zum schluss ja das stimmt total trocken mit den punkten was hätte besser geschmeckt auf jeden fall also ich bin jetzt gespannt aufs nächste ja was würdest du sagen auf einer skala von 1 bis 10 genau die punkte vergabung ja den vortritt ok der bekommt von mir acht punkte zwei mehr als gerade super ich ziehe mit ich gehe auf neun punkte ja ja wirklich lecker das schmeckt fast genauso wie dieses line go wild wie es da bei uns heißt wirklich lecker das stimmt fand ich jetzt auch ganz gut das nächste line das du aussuchen drei stück die noch zur auswahl leihen weit leihen das können wir auch von hier unten ja wie heißt das denn hier was ist das was das nehmen wir dann ja oder wir werden immer wilder immer wilder hier soll jetzt einmal auspacken oder weniger bild je nachdem erst was apexig wild go wild dingels wild und jetzt ist es nur noch auch die reise wir sind ganz schön gut in der wahl ja das sieht immer mega cool aus sieht es sind immer so kleines stückchen reduziert wird immer weniger interessant interessant drei zwei eins los und los ja puffiger es wird wirklich immer leichter ja da sind immer ist immer eine zutat weniger irgendwie und ich finde es tatsächlich das leichte leihen das leichteste was ich gegessen habe man ich war eben ganz schön großzügig mit neun punkten also ich finde es auch das leichteste leiden wie du schon sagst was ich gegessen habe das schon also sonst bist du total platt nach dem regel und von dem könnte ich bestimmt noch zwei essen ja und das finde ich irgendwie geil geschmeckt doch nicht muffig das schmeckt frisch produziert ich finde es gut ein bisschen mein favorit ich sage ich sage mit den punkten an neun punkte würde ich sagen neun punkte bleibe ich ja ich habe bei dem anderen so hochwertig muss bei neun bleiben was sagst du da wolltest du neun halb geben nein das ist übertrieben aber neun ist wirklich wirklich saulecker ich hätte es gerne in deutschland so lecker finde ich also ich setze noch mal einen drauf und ich vergib zehn punkte weil ich es echt mega mega lecker würde ich mir immer wieder in meine süßigkeiten schublade tun cool dann öffne ich mal einmal das weiße leiden weil pink kiki das musst du gleich wirklich machen ich mache es immer so clever dass die ganze verpackung zerstört wird das sieht auch ein bisschen anders aus wie unser ein bisschen rustikaler na das sieht doch sieht unser leiden eigentlich auch so aus irgendwie sieht das auch ein bisschen anders anders ist die waffel so druck hast du vielleicht ein weißes leiden hier ja habe ich tatsächlich das ist natürlich ein gut geführter haushalt mit ganz viel süßigkeiten und leiden auch gut vorbereitet für den sanggutgeruch genau bin ich echt mal gespannt ob das deutsche weiße leiden genauso aus wie das ukrainische weiße leiden was allerdings auch white rock heißt okay das ist so weit rock und das ist einfach nur weiß weiß das weit ist schon mal gleich weit oder so ein bisschen heller und das ist ein ticken heller ticken heller jetzt brechen was mal durch schauen mal ob die ach tatsächlich ein unterschied ja waffel ist dunkler aus der ukraine total das ist ja spannend das ist doch noch ein ganz anderes sein weil ich dachte doch gott wie langweilig musste jetzt ein leiden ja wir dachten okay es ist das gleiche was wir kennen und dabei ist das total unterschiedlich bin sehr gespannt wie das jetzt schmeckt ja da bin ich gespannt drauf dann wollen wir mal vorletzte leiden hier lecker hoffentlich nein ich bin ich gespannt mit der dunklen rafel ticken süßer auf jeden fall ein ticken süßer als unser leiden finde ich ja bin ich auch irgendwie komisch süßer ist nicht so begeistert aber nicht so intensiv im geschmack mehr irgendwie süßer es gibt süßigkeiten sind süß aber schmeckt irgendwie intensiv ist ganz komisch es schmeckt einfach wirklich nur süß aber nicht irgendwie dass da irgendwie ein bestimmtes vanilliges aroma oder irgendwas da fehlt da fehlt irgendwie so genau der kontrast ja stimmt ja trotzdem noch besser als das schlechteste leiden was ich hier aus dieser testreihe essen durfte ja ich gebe auf einer skala von ein bisschen wie viele punkte gibst du sieben bin ich dabei ja sind wir uns einig ich es trotzdem auch ich auch kommen ohne nichts verschwenden drehen wow line pink boom es ist wirklich pink ich muss auch gestehen ich habe schon einmal probiert okay aber ich weiß nicht mehr wie viele punkte ich gegeben habe damals jetzt noch mal die ruby schokolade tatsächlich nicht ist es blaubeeren aber es ist blaubeeren ganz cool ukrainische blaubeeren wie spannenden mit weißer schokolade aber das riecht schon so gut ja ne das riecht so gut richtig nicht so gut ich würde es nur als ja da musst du auch eine schürze tragen ja wo die kamera das perfekte finale geschmacklich ist echt das intensivste ich habe schon einmal getestet damals und ich weiß gar nicht mehr aber ich fand es auch herausragend anders mann du erinnerst dich ja noch dran wie herausragend das war das heißt eigentlich schon was ich finde es mega lecker und mal was ganz anderes als das wir so kennen unter allen regel so fruchtige note nicht zu süß ich finde es mega als hätte man die jogurette mit einem laien gekreuzt immer deine vergleiche ich liebe das dann die besten vergleiche drauf es ist wirklich richtig lecker von mir gibt es da habe ich elf punkte vergeben elf von zehn elf von zehn ich gebe neun von zehn aber aus einem einzigen grund ja weil ich nicht weiß wie lange mir das schmecken würde ich finde es jetzt so mega geil und mega süß und so fruchtig und genial ja aber so auf dauer weiß ich nicht aber mal gucken es hat potenzial auf jeden fall das ist ein richtig geiles line ist auf jeden fall geil für mich das beste highlight auf jeden fall ein highlight vielen dank fürs mitbringen ja sehr gerne vielen dank fürs mitmachen und mitprobieren sehr sehr gern cool ja dann war es das eigentlich schon oder das war es schon kein weiteres leiden mehr hier aber ihr müsst unbedingt das habt ihr wahrscheinlich auch schon längst gemacht die kanal von kiki abonnieren hier oben ja das wäre ganz cool das wäre cool und mein kanal kennt ihr ja aber wenn ihr noch nicht abonniert habt macht es gerne auch freut mich tschüssi tschüss